Wenn es einen Popstar gibt, der es liebt, seine Fans zu flashen, dann ist es Katy Perry. Die Sängerin steht total darauf, mit ihren ausgefallenen Looks für staunend zu sorgen. Besonders ihr Auftritt bei der Met-Gala im Jahr 2019 bleibt ihren Fans nach wie vor im Gedächtnis. Sie erscheint dort nämlich als Kronleuchter auf dem roten Teppich, samt leuchtender Kerzen und einem Moschino-Kleid aus tausenden von Edelsteinen. Das Modehaus stellt ihr allerdings noch einen weiteren Look zur Verfügung, einen Hamburger. Mit dieser straßbesetzten Verkleidung stellt sie sogar ihren eigenen Look aus dem Jahr davor in den Schatten. Denn 2018 erscheint die Musikerin als Engel. Das goldene Minikleid von Versace kombiniert sie mit kniehohen Glitzerstiefeln. Der Blickfang sind allerdings die gigantischen Flügel an ihrem Rücken. Über die Jahre schraubt Katy ihre verrückten Looks etwas zurück. Ihr Sinn für Fashion bleibt jedoch bestehen. Bei den diesjährigen MTV Awards brilliert sie in einem cremeweißen Fetzenkleid der jungen Marke Who Decides War. Dazu trägt sie ihre dunklen Haare offen und kein einziges Accessoire. Eins steht also fest. Katy kann auch mit minimalem Styling für Aufsehen sorgen.